Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, warum der Anfangs hektisch war, keine Ahnung, auf jeden Fall wisst ihr sicher alle in Fifa's, dass Team of the Year ist und so, ja, ähm, ich werde heute um spätestens 16.30 Uhr bis mindestens 21.00 Uhr streamen und heute kommen ja die Team of the Year-Icons wieder zurück, da kamen wir Nominees, Icons und, ähm, Totties ziehen und das sind die Packs, die wir uns aufgespart haben, Schnelldurchlauf, ihr seht, da sind einige Großkaliber dabei, besonders freue ich mich auf diese Packs hier, davon haben wir acht Stück oder so, es wird auf jeden Fall ein einzigartiger Stream werden und, ja, denkt dran, heute 16.00 Uhr, 16.30 Uhr, vielleicht sogar 15.30 Uhr wird dieser Stream starten, Raphael wird auf jeden Fall in der Party dabei sein, ähm, andere vielleicht auch noch, schaut einfach rein, ich hab gutes Gefühl, dass wir Totti ziehen werden oder eine Icon ziehen werden und, ähm, ich recrafte dort alles, ich werd ein bisschen spielen und es wird auf jeden Fall, es wird ein Fest, es wird ein Fest für jeden FIFA-Fan, ähm, ihr seht's ja, wenn man so durchgeht, 125k Packs tradable und so'n Scheiß, also das ist wirklich High-Quality Shit, diese Packs. Ha, ha, ha So, dann würde ich sagen sehen wir uns heute Abend. Nachmittag. Oder beides. Haut rein Euer HolzInternetTV Tschööö